Nothing lasts forever Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Video und zwar einem Silvester-Video. Ja, moin Leute. Ihr seht hier links oder rechts, ist egal. Ihr seht hier auf jeden Fall, wir haben hier eine Map gebaut. Vielleicht kommt da noch ein Speed-Bild für Hallöchen. Hallöchen. Genau. Und zwar gibt es jetzt... Alter, was soll das Ganze? Ja, okay, ich baue es wieder hin. Ja, ich komme jetzt. Ich kann ja auch sagen, das ist ja Blödsinn. Ja, es ist... Auf jeden Fall, wir haben diese Map hier gebaut. Falls euch wundert, ist gerade lustig, wir machen gerade so ein Voice-Aware, weil wir irgendwie sein Mikro schlecht war. Aber davon erfahrt ihr ja nie was. Wie ihr seht, wir haben hier rechts unser kleines Kabinchen mit der Steuerung. Neujahrs Feuerwerk-Show. Genau. Und es tut mir leid, es kam vielleicht etwas spät, aber wir hatten kleine Probleme mit der Aufnahme. Die war einfach riesig. Vier Stunden lang hatten wir da was gehabt. Ja, und dann haben wir uns entschieden, einfach nur das Feuerwerk erstmal hochzuladen, weil selbst der Speed-Bild würde zu lange dauern. Und wir haben das schöne Riesenrad dort und diese schöne Kathedrale gebaut. Jo, und jetzt fängt er schon an. Boom. Und es geht los. Und dann, denke ich mal, legen wir euch schöne Musik drunter und sind jetzt leise. Jo, tschüss, bis dann. Jo, ciao. Jo, tschüss, bis dann. Jo, tschüss, bis dann. Jo, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020